Hallo liebe YouTube Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe mir von Klarstein eine Infrarotheizung besorgt, die ich für den April oder als Übergangslösung, wenn die Temperaturen noch nicht so schön sind, hier für meine Holzbude nutzen möchte. Ob das eine gute Idee war, klären wir heute in diesem Video. Gleich nach dem Intro geht's los. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Ich erspare euch erstmal ein großes Unboxing Video, das meistens ja sowieso relativ langweilig ist. Ausgepackt habe ich das Ganze schon. Das hier ist die gute Infrarotheizung von Klarstein mit den Abmessungen 1 Meter mal 30 Zentimeter und das Ganze mit 300 Watt. Zusätzlich in dem Karton war noch Befestigungsmaterial drin, ein paar Schrauben und Dübel und natürlich eine wunderschöne Fernbedienung. Dann kommt das Ganze noch selbstverständlich mit einer deutschen Bedienungsanleitung. Ja, ich würde doch sagen, reden wir nicht lange drum herum. Ich bringe das Ganze jetzt einmal hier an die Wand an und dann schauen wir uns, wie das Ding funktioniert. Nachdem wir nun die Infrarotheizung an der Wand montiert haben, schalten wir sie hier an der Seite am Hauptschalter ein. Man hört ein leichtes Piepen und jetzt können wir hier auf der Fernbedienung einschalten. Jetzt können wir noch die Temperatur vorwählen und dann warten wir mal ab, wie die Heizung sich langsam aufheizt. Ich hoffe das geht schnell und wir werden das dann gleich mal mit meinem Infrarotthermometer überprüfen. So, wir haben jetzt circa eine Minute gewartet und man kann schon merken, dass die Heizung recht warm geworden ist. Wir wollen jetzt einmal messen, was die Oberflächentemperatur hergibt. 73 Grad. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Warten wir mal noch eine weitere Minute und schauen dann, wie sich das Aufheizen entwickelt. Aber ich muss sagen, ich spüre hier schon eine gute Wärme und ich glaube, als Übergangslösung ist das vielleicht keine schlechte Idee hier für meine kleine Partyhütte. So, ein paar weitere Minuten sind vergangen. Wir wollen jetzt noch mal eine letzte Messung machen und schauen, wie warm das wirklich ist von der Oberflächentemperatur. Ja, das sind 87 Grad. Ich finde, für eine 300 Watt Infrarotheizung ist das mehr als ausreichend. Ich kann auch die Wärme deutlich hier wahrnehmen und ich denke, als Übergangslösung, als Alternative zu meiner Dieselheizung, die ich hier vorher sonst immer drin hatte, ist das eine sehr gute Alternative. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kurzen kleinen Video einen wertvollen Tipp geben, würde mich über ein Abo sowie über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao.